Sag mal Akira, du sagst aber richtig, oder? Du hast wieder deinen schönen Stab gekauft. Ja. Ja. Ja, was sonst? Du bist der einzige, der den wirklich dauerhaft nutzt. Ich dachte so, ich kann euch baiten, vielleicht in dir. Sehr schön, Blackpatch. Hat so leider nicht funktioniert. Ex-Eplosion. Wie, wie, wie kann man denn Sachen kaufen? C. 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 Dann durch das C. C eigentlich, ja. Standardmäßig, C als T. Und dann hast du ein bisschen, da kannst du durchscrollen, klickst auf ein Item und dann hast du... Dann steht dabei Equipped. Leicht rechts hast du stehen... Ich habe mich huge Parodils gefunden, wenn ihr euch huge haben will. Die huge ist scheiße. Ja, die huge ist hinten im Burgershop. Ich war auf der letzten Möcke nicht einmal Tee, ne? Brauchst du eine huge? Oh, ja. Akira sieht und weiß, was ich denke. Ich freue mich raus. Ah, fuck. Ja... Moment. Damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Gut. Gut, 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 gut. Oder damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. Okay, Akira ist safe, weil der hätte mich locker gerade töten können. Haben wir in welcher Stop auch einen... Dummeran? Akira, ich weiß, du vertraust mir nie, aber du kannst mir diesmal vertrauen. Ne, ich vertraue dir aber nicht. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich das ja. Aber ich hätte dich ja auch safe töten können. Ich fand es eigentlich nur. Sag mal, ist das ein Spray oder ist das auf der Map jetzt? Auf der Map selber? Keine Ahnung. Oh. Das ist ein Tanksteller. Das weiß man nicht. Wir kommunizieren mit Kugeln. Hier ist immer... Ja. Beim Bürgerladen Sniper. Es ist... Ja, Argos. Und... Den... Ja, Dennis war der Zweiter. Fick dich. Oh Mann, Johannes! Die Obsession! Warum willst du mit der Krova schießen? Habe ich mir auch so gedacht. Vor allen Dingen... Der Johannes sieht dich erst gar nicht. Du stehst einfach hinter dem, ballerst den so voll ab. Aua! Ey! Das war jetzt gerade... Scheiße, ich dir... Marcel dort... Kompletti! Du hast so... Scheiße, wenn jetzt wer kommt und das sieht... Ich denke, ich bin los. Wow! Das war so richtig... Ich hab dir vertraut. Bei dem Wappenspot kamen so viele. Ansonsten wären die beiden schon tot gewesen. Ich hab dir vertraut, ey. Ich hab dir vertraut, ey. Was? Ich weiß nicht, ich wollte... Warum hast du mich im Flugzeug nicht gekillt? Ich hatte Galil! Hätte ich jetzt eine Shotgun gehabt, dann wäre das... Ausreden. Du hast eine Galil und weckst zu einer Huge, alles klar. Ich hätte die Shotgun gehabt, so... Wow, ey. Ich denk mir so... Ich bin jetzt safe, weil... Akira so, ne? Du, ich hätte dich ja als Alibi genutzt, also... Ja, ja. Ich mach dich nicht hinter mir. Warum? Warum macht ihr die Fässer kaputt, Mensch? Das ist doch langweilig. Alles klar. Der Thomas wäre jetzt sehr effektiv. Loy! Da sagt der Thomas, oder kommt der Thomas? What the fuck? Warte, dann wärst du mir den Kahn entgegelaufen. Ähm. Johannes? Nein, ich nicht. Warte, warte! Nicht schießen, nicht schießen! Ja, ja. Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Alter, Johannes! Du Tier! Du Tier! Du Tier! Ich laufe raus an Algas dabei. Algas lacht. Du Thomas hinterher und guckst hier oben. Du Tier, ey! Der macht einfach hier drei Kills, ey. Und ich denk mir so, okay. Dann muss ich jetzt auch mal was machen. Direkt gesagt, wie direkt passiert, ey. Oh, Mann. Warum ist der Kahn mal so scheiß niedrig? Was? Hm! Oh, oh, Hagen. Ich weiß nicht! Oh, Hagen. Ich weiß nicht! Wie soll das mal? Vom Trigger von der... Oh, soll ich nicht. Zu Trigger? Ja, dann muss klickst die umbeinden. Auf Leertaste. Da schießt sie weniger. Im 16. Sehr schön. Ich geh nicht mehr ins Flugzeug rein. Weiß, ich hatte nicht mal Zeit im Traitor Shop irgendwas zu kaufen und der killt einfach alles. Ja, gut. Die haben direkt vor ihm gestanden, ja. Und er musste sich nicht mal bewegen. Oh, oh. Ich hab mir das auch angeboten. Ja, auch wieder war... Ist hier ne Shot? Ja. Die hätt ich gerne. Mutti wieder! Yay! Hast du grad... Hast du grad... Hey, der Negev. Wo? Hier? Oh, ich hab das verfallen lassen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Negev-Freund. Nee, gar nicht. Ich... An solchen Mund muss nachladen. Irritiert. Ah. Mutti ist wieder nur am Snipen hier, ey. Was hast du da gemacht? Marcel? Ja, Marcel. Ich hab mich jetzt... Marcel hat auf mich geschossen. Wow, Marcel. Ja, ich hab dich nicht mehr gesehen. Tote reden nicht, mein Freund. Wow, Marcel. Wow, hast du mich doch vorher auf mich geschossen? Okay, dann ist Akio schonmal Proof. Achja, stimmt. Du hast da... Wer... Kannst du denn nur noch... Sia oder Kevin sein? Nein, nein. Ich bin hundertprozentig nicht. Achso, warum? Weil ich... Ich bin hier, bitte. Gönn dir die Knarre des... ...des Vertrauens. Ah, ich hab meine Rehe gebrochen. Ich hab die Rehe gebrochen. Ich hab die Rehe gebrochen. Welche... Drei Sekunden Rehe? Hast du was gegessen, was länger als drei Sekunden auf dem Boden lag? Nein, die Negefree. Ohhhh. Dafür muss er jetzt angesterben. Warte, ich bin in der Negefahr. Warte. Wo ist hier noch eine? Bitte. Was ist los? Bitte was? Okay, warte. Ich töte mich selber. Wieso? Was ist passiert? Ich hab meine Ne... Ich hab meine Ne... Ich hab die Nehrgift nicht leer geschossen. Wow. Nein, wir... Wir brauchen dich. 23 Leben? Ja. Er schießt halt echt noch leer. Uh, ich hab ein bisschen gefunden. Du bist ein bisschen hüpferfreundlicher. Ja? Ja, weil du einen Scout hast. Ich möcht' nicht, dass ich... Okay, warum hast du grad mit ihm das abgebrochen, Kevin? Hm, warum wohl? Klingt, als hättest hier gerade eine Kugel in den Hals gejagt. Wo ist er denn, unser Hüpferfreundlicher? Da. Jo, ist hier. Ey, es lädt doch keiner mehr außer dir. Boah, Sia, du bist auch so'n Tier! Ich hab nur... Ich hasse... Ich bin einfach so schlecht in dem Game, ey. Der kommt so plötzlich... Du kannst nicht mal sehen, dass der den gerade in der Hand hat. Ja, auf Nahkampf kommt klar, ist das übel. Das... einfach... Hab ich eigentlich irgendjemanden getötet? Hast du grad ein Kappertfeld eingesetzt? Hab ich eigentlich irgendjemanden getötet? Oder hast du, äh, noch Argas getötet, Sia? Ich hab den net umgedehnt. Nee, du hast den abgedehnt. Okay. Ich dachte, das wär Akira. In dieser Runde kommt nur der Zug, das ist ein bisschen belastend. Wenn jetzt Akira gleich wieder Traitor ist, kommt erstmal wieder EXPLOSION! Was? Nein! Scheiß Waffe! Explosie. Shotgun. Ich bin aber überrascht, wie viel Schaden die Scout eigentlich macht. Das ist die stärkste Waffe, die man so finden kann, finde ich mit Panther. Ja, das läuft, ich bleib drauf an. Ähm, mein Leben wird hart sein in dieser Runde. So, bin ich? So, machst du wieder Traitor? Nein. Aber Johann, das ist... Nee. Wieso bin ich Traitor? Nein, ich sag dir, du bist hier. Ich hab nicht gesagt, dass du Traitor bist. Ich hab gesagt, du bist hier. Ich hab Licht. Agas. Das ist Krieg im... Da fliehensches am Ende. Wollt ihr uns hier abfackeln? Ich hab ja ja sucht am Mord. Äh! Legge! Covering fire! Die wurde nicht leer geschossen! Ich töte den. Ja, das war Mutti. Mutti wollte... Jemanden töten, oder? Der hat's auch. Doch. Okay. Johannes! Was ist denn das? Was bist du hinter mir? Ich bin dann mal weg. Oh, fucking... Warum hab ich diese... Was ist das? Als ob der das gewonnen hat! Leute, was ist los mit euch? Ich hab ihn im Hintergrund... Ich hab ihn im Hintergrund... Kann man sich vorsehen... Das ist ne Schrottwaffe da... Diese... Was auch immer das... Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ich hab meinen Teil getan, ja... Johannes, wie viel Leben hast du eigentlich noch? Oh... 6 HP! Alter... Seit wann bist du so ein Tier? Ich konnte ihn gar nicht sehen, wegen dem schwarzen Hintergrund. Das war so ätzend. Er hat den Source Code wahrscheinlich geändert. Achso? Mehr... Dings gegeben. Mehr Genauigkeit. Ja, genau. Ich hab einen kleinen... Äh... Aim-Unterstützung drinnen. Ich mach gleich Spin-Board an. Los geht's. Oh, das war grad schön. Geil, die Mission aus, ey. Ich konnte nichts machen. Besser hätte ich uns auch gesagt. Ne, ihr wollt leer. Da musste ich Waffen weggeben. Ja, ich hab das gesehen. Du standst da bei der Leiche. Ja, da musste ich deine Scheißwaffe, die ihr absolut nix konntet mehr. Ja, ich musste Argas... Ich hab auf Argas geschossen. Kann ich auch nix für. Äh... Ja, ist richtig, glaub ich. Also auf Matze. Du rierst das vollkommen, ey? Ja, warum schießt du denn auf mich? Ich schieß ja nicht auf dich, sonst hätt ich dir Schaden gemacht. Aufgang im... ...Berzeug? Ich würd da nicht lang gehen, wenn ich... Da sind Pulverfässer und ich steh hier. Das ist immer gefährlich. Ich hab nicht geschossen. Ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Und... Ich würd gerne mal ne Waffe überprüfen, dass da nichts drin ist. Naja, also kein Schuss. Weniger. Warum läufst du jetzt... Leute, was hast du denn gemacht? Du kannst sie werfen. Ähm... Wenn du von denen bei so ner Geschwindigkeit getroffen wirst, stirbst du auch. Ja. Mit Props töten ist ne legierte Sache hier drin. Ich hab's immer schon versucht. Da schaffst du aber wenigstens. Da ist hier jemand hinten am Fenster. Ähm... Johannes, Johannes. Weiß wo der ist. Weiß wo der ist. Ja, okay. Johannes war Traitor. Und jemand hat mit mir geschossen. Das war, glaub ich... Ah. Ja, jetzt hier. Sie hat grad geschossen. Ja. Aha, wie war das? Wie war das? Ich würd ja nicht lang gehen. Nein! Nein! Yes! Ich hab mal was gekillt. Ich hab mal zwei Leute gekillt. Yay! Der Karrtkauer der Ewigkeiten. Ich hab' ich Kevin nicht erwischt hab. Ich hab' auf seinen Kopf gezielt. Ich hab' mal zwei Leute gekillt. Dennis, du konntest mir vertrauen. Am Argers hat erstmal an mir vorbei. Guckt mich an. So, ja, hi. Na, wie geht's? Ey, aber so. Ich stand da. Er stand da. Ich ziele. Ich bewege mich nicht. Ich drück' ab. Die Kugel fliegt nicht auf seinen Schädel. Ja, ja. Und die Scout hat doch eigentlich, wenn du stehst, eine 100% Präzisierung? Eigentlich schon, ja. Okay, ich find die M16 irgendwie doch nicht so geil. Die M16 ist voll der Rotz, weil die kein Automatik hat hier im Game. Die M16? Ja. Die ist Automatik. Ja. Aber hier im Spiel nicht. Halbautomatisch. Halbautomatisch. Ja. Ist denn hier, das ist Kevin. Okay, semi-automatik. Kevin und Argers. Das ist immer ne schlechte Kombi, die zwei. Nein. Ich bin ruhig. Ich sack voll rein. Ich bin innerer Junge. Ja, ja. Das würd ich jetzt auch sagen. Das hast du vor allem gesagt, bevor die Runde angefangen hat. Nein. Schau mal den Negerfrau sagen. Oh. Argers. Argers. Scheiße. Ich kann das Glas nicht aufmachen. Negerfregel. Na, ich hab Argers gehört. Ich hab Argers umgebracht. Argers, du kannst übrigens auch Zeit lassen, AST. Du musst nicht instant für Anfang an Leute gehen. Okay, dann ist Johannes jetzt. Ich war ja gar nicht da. Brennt's bei euch hier noch? Was? Hm. Marcel? Ja. Brennt bei dir der Weg hier? Nö. Bei mir brennt nichts. Du mal auch, ne? Dann bleibst du von dem Stab bei mir. Weil bei mir brennt's die ganze Zeit dort. The fuck? Acceptloser. Warte mal, warte mal. Hm. Kann man hier rein? Nein. Marcel, bist du es etwa? Wieso soll ich es sein? Kannst du... Warum verdächtigst du eigentlich immer mich? Weil die übrigen Leute sind jetzt gerade hier. Nee, Johannes fehlt. Er ist nicht mehr. Johannes fehlt. Ja, ich hab Argers umgebracht. Eben. Ja, stimmt. Er ist safe. Muss das ja einer von uns drei sein. Ach! Hab ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Wer macht den ersten Shot? Ich setz die Negev-Regel um. Ja. Brauch' ne Negev. Aber ich hab ne Kalier. Ich will die Kalier nicht verlieren. Die ist auch gut. Ich hab ne Shotgun. Ich kann halt nix machen. Die Shotgun ist eigentlich die stärkste Waffe in dem Spiel. Ja, aber... Das Eklige ist eigentlich auch, wir dürfen nicht in der Linie stehen. Johannes guckt da, es steht im Gang. Ja, aber Johannes war's ja nicht. Also er kann's nicht gewesen sein. Eigentlich muss das Akira auch wissen. Das ist ein bisschen Sass, was du grad machst. Das ist jemand... Mannisch. Das Gute ist, jeder weiß, ich war am Anfang mit Argers und ihm. Argers killt mich und er hat ihn leben lassen. So. Ich dachte, Argers. Du weißt schon, dass du noch nicht hättest reden dürfen, ne? Oh. Hast du das gemacht, Marcel? Was? Die Leichen. Was für Leichen? Also... Dennis ist grad auch eindeutig gestorben. Und wir waren Schrei. Okay. Scheiße! Ah! Ich hab's doch gesehen, dass der grade wieder gespawnt ist! Ja! Oh, das war schlecht! Ich hab dich nicht mehr gesehen, das war so scheiße. Ich hatte Second Chance. Vor allen Dingen, Kevin redet einfach. Ja, weil ich das nicht realisiert hab. Ja, wenn da nicht steht, innocent win, dann ist die Runde noch nicht vorbei. My bad. Ich hab nur gehört... Scheiße, ey! Ich hab die Shotgun leider nicht gefunden und ich war nervös. Ich hätte die Shotgun nehmen müssen. Du hättest doch vor allem einfach noch ein bisschen warten können oder am Spawn starten können. Kannst ja auswählen. Ne, hier stand einfach nur, du wirst jetzt wieder belebt in 10 Sekunden. Und dann musst du dich warten. Ja, ne, du kannst auswählen an der Leiche oder am Spawn. Echt? Wow, hab ich eiskalt übersehen! Hab ich eiskalt übersehen! Heiskalt! Eiskalt!